Yo Freunde, was geht ab? Willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja Freunde, wir werden heute über meine Controller-Settings sprechen, meine Spieleinstellungen und so weiter und so fort. Vor allem für Leute, die jetzt neu sind, die wissen vielleicht noch nicht, was das alles bedeutet oder was am besten ist. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran, lasst eine Bewertung da, schreibt gerne mal in die Kommentare rein, mit welchen Controllereinstellungen ihr spielt und ob ihr vielleicht auch Tipps habt für die Leute, die vielleicht etwas neu sind. Und lasst auf jeden Fall auch gerne ein kostenloses Abo da, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert haben solltet. Und ich würde sagen, Freunde, wir starten rein. Davon sind jetzt bei den Optionen angekommen und legen direkt los mit den Tastenbelegungsvoreinstellungen. Und zwar habe ich hier Standard 2. Ändert eigentlich im Grunde fast gar nichts, außer dass man die Waffe abfeuert auf R1 und die Zielvorrichtung auf L1 ist. Heißt, ist es nicht auf R2 und auch nicht auf L2. Hat das irgendeinen bestimmten Grund? Ja, weil einfach da die Reaktion besser ist, wie ich finde. Ganz klar, das heißt, man hat kürzere Wege zum Reagieren und man ist halt von der Reaktion schneller am Start, wisst ihr wie ich meine. Das könnt ihr natürlich alles umändern, wenn ihr zum Beispiel jetzt hier seid, seht ihr Taktik 2, Linkshänder 2 und ihr könnt auf Vierheck drücken, dann seid ihr auf Standard und so weiter und so fort. Also könnt ihr beliebig anpassen, so wie ihr halt am besten klarkommt. Dann Stickbelegung habe ich auf Standard eingestellt, dass es alles so im Grunde ganz normal ist mit Bewegen und so weiter und so fort. Dann vertikale Sicht umkehrt und habe ich auf Deaktivieren gemacht. Toter Bereich auf 0,05. Da würde ich, wie gesagt, nichts rumprobieren. Lasst es einfach am besten so. Dann horizontale und vertikale Stickempfindlichkeit auf 8. Ich würde euch empfehlen, wie gesagt, eine relativ niedrige Sensibilität zu spielen. Und falls ihr nicht wisst, welche Sensibilität ihr spielt, spielt, wie gesagt, einfach mal so auf 4 vielleicht am Anfang. Und probiert einfach mal so ein bisschen rum, auf welche Sensibilität ihr das beste Aim habt, wo ihr am besten mit klarkommt und könnt es dann beliebig anpassen. Ich habe in Black Ops 4 zum Beispiel, da habe ich auch 6-6 gespielt, weil, wie gesagt, eine niedrige Sensibilität ist eigentlich besser, würde ich behaupten. Aber wie gesagt, in MonoWaffer hat man ja zig Sensibilitäten, deswegen würde ich euch hier empfehlen, eine niedrigere zu spielen. Ich habe Leute gesehen, die spielen irgendwie 25 oder 20 oder was es da alles gibt. Das ist voll verrückt. Und ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall kommen wir dann zu ZV-Empfindlichkeit, Multiplikator, geringer Zoom. Das heißt, Visiere, die unter 3,25er Zoom sind. Zum Beispiel einfach das normale Ironside bei einem Sturmgewehr oder bei einer MP. Und hier habe ich 0,85. Und ihr fragt euch jetzt, was bedeutet das? Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel aimt und auf dem Gegner drauf seid, vor allem in Warzone ist das wichtig, bei Fernkämpfen zum Beispiel, kann das sein, dass sie hinten links und rechts wackeln, links und rechts und dass sie nicht straight auf dem Gegner drauf seid. Wenn ihr es niedriger stellt, weil standardgemäß ist es 1,00, wenn ihr es niedriger stellt, ist das langsamer. Das müsst ihr, wie gesagt, anpassen. Ich habe hier, wie gesagt, beim geringen Zoom 0,85 und beim großen Zoom, was wie gesagt höher als 3,25 ist, habe ich 0,90. Na, wie gesagt, das Zielfernrohre ist oder wie gesagt, das Snipergewehre. Dann müsst ihr auch, wie gesagt, mal anpassen, mal schauen, was ihr am besten klarkommt. Ganz klar. Dann Zielreaktionskurve ist, wie gesagt, Standard. Macht ihr auch am besten nicht. Lasst es einfach so am besten. Controller-Vibration deaktivieren. Ich weiß nicht, ich kenne Leute, die spielen mit Controller-Vibration. Ich weiß nicht, warum man das macht, wenn man daran Spaß hat, ist okay. Aber macht das lieber aus, Freunde, ganz klar. Anvisier-Hilfe auf Standard. Auch da sollt ihr am besten nichts umstellen, weil die anderen Möglichkeiten ein bisschen komisch sind. Waffenstütze auf ZV-Nahkampf. Dann Waffenstütze verlassen Bewegung auf aktiviert. Das heißt einfach, wenn ich dann loslasse, dann bin ich nicht mehr angestützt, sozusagen. Zielvorrichtungen halten könnt ihr auch auf Umschalten machen, aber würde ich euch auch nicht empfehlen, wenn ihr, wie gesagt, auf Konsole zockt. Das heißt mit dem Controller. Aufrüstungsverhalten habe ich auch auf Halten gemacht. Dann benutzen Nachladeverhalten, drücken zum Nachladen. Für Leute, die spielen halt kontextabhängig oder wie auch immer. Aber wie gesagt, ich mache das noch ganz klassisch. Das ist ja ein bisschen länger, um Alten aufzuheben. Aber wie gesagt, irgendwie zum Drücken, also fällige Drücktheit zum Nachladen, komme ich halt gar nicht klar. Oder will ich auch gar nicht machen. Deswegen lasse ich jetzt alles so, wie es ist, wie es auch schon die Jahre davor gemacht habe. Dann automatischer Waffenwechsel bei verbrauchter Munition aktiviert gemacht. Könnte ich auch deaktivieren. Habe ich es noch nicht gehabt, weil entweder stirbt man vorher oder man hebt eine andere Waffe auf. Wenn man weiß, dass man wenig Schuss im Magazin hat, ganz klar. Dann bei Bewegung, Rutschupfalten habe ich auf Halten gemacht. Automatisch rückwärts habe ich auch deaktiviert gemacht, weil es ist sozusagen so, wenn man es zweimal schneller hintereinander bis hin nach vorne bewegt, rennt er automatisch. Das habe ich deaktiviert, weil es braucht man nicht im Grunde. Dann automatischer Sprint habe ich auch deaktiviert, ist auch Müll, also braucht man nicht. Fahrzeugkamera zentrieren, habe ich auch aktiviert. Das heißt, wenn ihr mit dem Fahrzeug rumfahrt und was nicht in die Kurve geht, dann bewegt sich auf jeden Fall auch die Mini-Map mit. Auch sehr wichtig, wie ich finde, automatischer Falschmeinsatz deaktiviert, weil ihr dann auf jeden Fall mit dem Fallschirm ein bisschen beliebiger rumspielen könnt. Und besser landen könnt, weil, wie gesagt, wenn ihr nichts drückt oder so, dann öffnet sich die da Fallschirm automatisch und ihr wollt natürlich am schnellsten unten sein. Deswegen auch deaktivieren, damit ihr es selber beliebig einstellen könnt, ganz klar. Dann gehen wir weiter zu Allgemein bei Helligkeit. 50 habe ich da, standgemäß, ist immer 50. Was will ich euch auch empfehlen, Freunde, ganz klar. Weil, weiß nicht, 50 ist einfach, ja, ist okay, ist zu dunkel, nicht zu hell. Ich höre Leute, die spielen mit 80, 90, ich denke mir so, Digga, da entzünden sich meine Augen so ein bisschen, wie ich meine, braucht keine Sau. Dann Bildrauschen auf 0 ist normalerweise bei 25, braucht kein Schwein, deswegen macht es auf 0, damit ihr wirklich ein klares Bild habt, ganz klar. Tooltips auf deaktiviert, jetzt wie gesagt, falls ihr neu sein solltet, falls ihr Mono war für euer erstes COD ist, dann könnt ihr es noch aktivieren, falls ihr da noch ein paar Tipps und Tricks braucht. Aber wenn ihr schon ein erfahrener Spieler seid, dann könnt ihr es natürlich deaktivieren, weil man natürlich die ganze Scheiße schon kennt. Untertitel auf deaktiviert, ich würde das immer deaktivieren, weil ich kriege auch Callouts und die Callouts im Untertitel auch noch zu sehen. Das Trigger hat mich maximal. Sprachauswahl auf Deutsch natürlich, ganz klar. Farbblindheitstyp auf Blauschwäche, jetzt hundert ihr euch natürlich, ich habe keine Blauschwäche oder whatever. Aber ihr seht es mal zum Beispiel, wenn ich es auch normal mache. Ich weiß noch mal, das sieht es so gut in der Aufnahme, aber es wirkt einfach ein bisschen grauer, ein bisschen farbloser. Und wenn ihr zum Beispiel auf Blauschwäche geht, ihr seht, es ist alles ein bisschen kräftiger von der Farbe. Und wie gesagt, falls ihr auch allgemeine Farbschwäche haben solltet, könnt ihr jetzt hier einstellen mit Rotschwäche, Grunschwäche oder whatever. Aber wie gesagt, Blauschwäche hat einen knackigen Ton einfach, ne? Würde ich mal behaupten. Sieht einfach schöner auswendig, deswegen habe ich es auf jeden Fall auch drin. Farbblindheitstyp habe ich auch beide gestellt, das heißt, könnt ihr nur das Schlachtfeld auswählen, nur das Menü oder beides. Ich habe beides halt, wie gesagt, aktiviert. Dann wieder Weltbewegungsunschärfe und Waffenbewegungsunschärfe deaktiviert, macht es auf jeden Fall raus, ne? Ihr wollt ja wissen, was Umfeld von euch sich befindet an den Gegnern und wenn ihr das anhabt, dann ist das auf jeden Fall echt ein immenser Nachteil, weil ihr dann einfach nichts seht im Grunde, so wissen wie ich meine. Beides deaktivieren am besten, damit ihr eine klare Sicht habt und ja, einfach sehen könnt, was sich im Umfeld so befindet. Dann kommen wir zum HUD. Hier habe ich Minikartenform auf Quadrat. Ihr seht jetzt mal hier den Kreis links und rechts das Quadrat und ihr seht, dass das Quadrat mehr Erfüllung hat, sagen wir es nochmal so. Na, ganz klar. Der Kalt hat einfach weniger Fläche und deswegen würde ich euch da auf jeden Fall empfehlen, nehmt das Quadrat mit. Das war auch ein klassisches COD-Ding, so. Ich habe bei WP2 war das ja damals so, dass der Kreis dazu gekommen ist, aber jetzt, wie gesagt, Quadrat würde ich euch immer empfehlen. Und Minikartenoption auf aktiviert, das heißt, wenn ihr euch bewegt, falls ihr rumlauft, rumrennt und euch dreht, dann rotiert die Minimap sozusagen mit. Dann habe ich halt Inhaltsfilter, Textchat aktiviert, Schimpfwörter aktiviert, Zerstücke den Leichteneffekt habe ich auch aktiviert, ne. Wir wollen natürlich ja volle Programme haben, ganz klar. Dann gehen wir auf Audio, Freund. Auch da eine Einstellung, die sehr, sehr abhängig vom Headset ist, würde ich behaupten. Und zwar habe ich hier Tiefenboost drin. Ich habe kein krasses Headset oder so, aber jedes Headset hat irgendwie seine Stärken, würde ich behaupten, ne. Und wie gesagt, ihr könnt ja noch ordentlich ausprobieren. Ich habe Leute gesehen, die spielen Höhenboost, dann Tiefenboost oder No-Boost. Müsstet ihr wieder probieren, was für euch das Beste ist, wo mir jetzt am besten klarkommt, wo ihr Geräusche am besten, ja, wie wir sagen, wahrnehmen könnt. Ihr seht auch hier, Audio-Test abspielen. Auf vier könnt ihr mal ein bisschen rumprobieren, was sich am besten für euch anhört. Lautstärke dann auf 75 gestellt, damit du auch ordentlich was hören, aber nicht das Trommelfeldplatz, wenn ein Scheiß-Vito kommt. Musik-Laufstärke auf 0, brauche ich nicht. Dialog-Laufstärke, das heißt, die ganzen Call-Out und so sind bei 40 und die Effekte-Laufstärke bei 75, heißt, wenn irgendwas explosiert oder whatever. Lange auch Musik ist aktiviert, ja, werde ich nie erspielen wollen, da habe ich keinen Bock drauf, das Teil. Treffer-Gäusche habe ich auch klassisch, normalerweise ist es auch MW, ich bin aber den klassischen Sound ein bisschen schöner, einfach so ein bisschen Oldschool-Basis, ne, ganz klar. Und ja, Sprachschatten müsst ihr, wie gesagt, selber, bis da habe ich jetzt auch deaktivierend gemacht, weil ich bei Aufnahmen halt meine Ruhe haben will, ne, ganz klar. Ja, von, das war es, wie gesagt, im Grunde schon. Ich hoffe, euch haben die Settings und Einstellungen vielleicht geholfen, die Tipps, die ich euch geben konnte. Wieder schreibt gerne mal in die Kommentare rein, ob euch das geholfen hat und wie gesagt, vielleicht könnt ihr euch auch untereinander ein bisschen ergänzen und wie gesagt, lasst eine Bewertung da, ein Abo auf dem Kanal, würde mich sehr unterstützen und ich wünsche euch einen schönen Tag, macht's gut, haut rein und ciao.